Wer läuft denn da als Gipi rum? Ich bin das. Ha! Du Arsch! Granz muss die Hälfte. Der fühlt sich halt auch direkt an der Schraube. Der wurde früher immer so genannt. Ach so! Ich mach das nicht mehr in meinem Stream. Nicht mehr! Das war so ein langes Ding, ja. Okay, 9,90. Okay, warte, warte. Ich lasse mich zuerst umhauen. Wo denn? Main Building? Nein, beim Hügel. Warte, warte, warte. Ich bin down, ich bin down. Wo bist du, Papo? Wenn der dritte down geht. Komm, 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 heil mich! Jetzt! Warte, warte. Ist er am Zonenrand? Ja, direkt neben mir, direkt neben mir. Ja, ja, okay, warte, warte. Soll ich den Wolf an ihm killen? Nicht töten, Juli. Okay, okay. Ich hab mich sterben lassen. Okay, okay, warte, warte. Ich, ich seh ihn. Laters. Das ist ein Asi. Das ist ein Asi. Los, Lime, mach noch einen. Noch einen, noch einen. Noch einen. Jawoll. Nein. Danke dir alle fürs Coaching. Ja, klar. Immer, immer weiter gehen. Du wolltest ja schon weglaufen. Immer mehr. Immer Gas geben. Immer killen. Schönen durch, schönen durch. Mach die alle nieder! Oh, hier brennt's, hier brennt's. Oh, Achim fasst schon. Buh! Ich bin durchgeblitzt. Ich bin durchgeblitzt. Oh. Krä, Krä auf den, so vor dir. Oh, Achtung. Krä, Traum auf den Bänge! Los, rein, rein, rein! Angriffs aufs Herz! Aufs Herz! Mach die! Wir haben nur noch zwei Minuten fünfzig! Feuert, feuert, feuert! Alles rein, alles rein! Rein! Egal! Aufs Herz! Aufs Herz! Push, 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 push! Aufs Herz! Jaaaa! 24! Jaaaa! Boah, war das geil, Alter! Holy Shit! Und wir kriegen ein Feuerwerk! Das ist der Wetter! Meine Nachbarn freuen sich, aber ist egal! Das war so geil! Jaaaa! Er hat noch einen Sieg! Ihn Lied! Wieso sind die da oben? Ihr könnt auch zaubern! Mach mal einer! Der Hund kommt gerade, Scheck! So, bist du schon in der Nähe, Dalu, oder was? Nee! Sitz! Hast du gerade dem Killersitz gesehen? Hast du gerade dem Killersitz gesehen? Hahahaha! Hahahaha! Mitte, Mitte Top-Mits, vielleicht lower rein! Hahahaha! Achtung, Gippie-Call, er könnte A sein! Nein, nein, nein! Er ist auf A! Er ist auf A! Der ist A lang eben durch gewesen! Der kam von A Spot! Aber ich hab's, ihr müsst doch nur Gippies Calls versuchen zu lesen! Ich hab doch gesagt, der ist A! War doch viel wahrscheinlicher! Der kam nicht rein! Der kam von A Spot! Wieso hat der mich nicht getötet? Oh, das ist nicht gut! Das ist nicht gut! Oh, no way! Ja, ich hab sie! Let's go! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Meiner? Ja? Kommt gut! Kommt gut! Achso, Floddy! Na maße, in der Lalu! Let's go! Meiner? Ich hab keinen Boost! Ich hatte keinen Boost! Ich kam nicht nach hinten! Alter! Boah, kommt doch eine blaue! Ja, und ich hab mich auch noch erwischt in der Luft! Aber mich erwischtest du nicht mehr! Was soll das denn?! Hier kommt eine raus, Lennner! Wer kommt dann? Mitte unten, Flash! B mit Gewalt! Ja, ihr habt das ja! Ja! Ja, ihr habt das! Ja! 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 Heiler, was? Er hat einen Speedhand. Er hat einen Speedhank ich werde ins Basement geportet! Er hat einen Cheated, das ist kein Lag! Er hat einen Cheated... Er hat einen Cheated, das ist kein Lac! Oh mein Gott, wie... Leute, er hat einen Cheated. Er ist im Bah- Gerald im Basement. Das ist kein Lac! Der hat sich dahin gebaut. Der hat einen gerade McCool cardboard divertiert mal Nicht aufgepasst! Jaaah! Jaaaah! Was macht ihr? Was macht ihr? Wer hat an ihr sterben? guck dir den torschuss an und du hast ja das war schon gut das war schon gut aber es war schon geil gespielt von uns du passt zurück ich leg ihn du hättest den fast gehalten also du wolltest eigentlich halte ich gehe wieder den dren 90 prozent das wird der gute runde 3 ich fand das sehr lustig ja habe ihn nicht wir sind am arsch auch ich habe ihn gerammt absichtlich ja aber da du es wird doch wie sie seit drei runden nicht gegessen obwohl sie medic ist ja dann ist ja gut ich weiß nicht vielleicht war feine katze keine katze war gestern der hat da voll rein gegessen wie immer mit seiner losen stimme ich habe es nicht ernst gemeint oh mein gott da kommt der runde hat noch kein stich abbekommen in der runde nein wir hatten es nein leon der fluch muss die treppe kaputt gemacht weil ich muss ich muss noch mal ich bin ziemlich drüber gerutscht da sind keine stufen mehr dein arsch hat die dinger glatt jubel ja ja wenn du guck mal mit fordy dritten fordy ist jetzt schon nervös mitte ja das hat er nicht du hast den schordy, du hast den schordy, du hast den schordy den triffst du nicht, den triffst du nicht oh noo komm der ist, was, das war meiner beschiss, nein das ist betrug da war noch Schiri, du guckst dir an, das ist ja an dem da ist, man hat es sogar gehört der wäre nie drin gewesen 5 Euro, wenn ihr die klappe hältst leicht verdienstes Geld die Frage ist jetzt, wen du meinst wie viele, wie viele haben es gesehen, dann müsst ihr euch das teilen ich bin mit Fless gerade, ich bin mit Fless gerade ne also teilen tue ich mir das nicht dann 5 für dich ok wer war es? sehr gut sehr gut, sehr gut Vivi ist immer noch sass Abdalu tritt mich wir brauchen einen Defender ja ich hab sie, Leon, da wusstest du, dass unten unter dem Level ein Goomba ist? ich hab mich gerade gesehen ich wurde raus ok er wartet aber die machen noch Faxen ja und weiter für dich ooooh wird das jetzt ein Tor, wir werden so geil ja, boah guck dir den Pass an Gott, er war ja Bombe hmmm den, 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 äh, Bowser ok, Bowser, ich bin jetzt bei Bowser drin nice also, im Level Red Coin 1 ok, nochmal ich hab nur noch 2 Leben, Leon ok ich brauch noch kurz ich flieg kurz lalalalalala lalalalalala come on come on come on das war nicht das, was ich aber ja nanana, come on lalalala 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 come on lalalala come on come on come on I like it, like it ok ich glaub er kennt den Song ich hab ne Idee lalalala 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 so viel lalalala Das ist ein Witz. Was ist das denn? Wie lang bist du klein? Wir warten eh noch auf Juli. Jetzt ist Januar, das dauert ja ewig. Du kommst ja nie mit Plus raus. Oh, ich hab alle getroffen. Aber ich hab danach den Scheiß mal gedäht. Wer hat grad Überzahler auf dem Spot? Es ist even. Es ist für Team Rot. Es ist für Team Blau. Es ist für Team Rot. Es ist grad ein Hin und Her. 97, 96, 97, 97. Es ist wirklich ein Hin und Her. 2 Punkte, 1 Punkte. Oh mein Gott! 100 zu 99. Aber... Dies war für Team Schorni. Oh, ich dachte das ist die Klör. Ja, Dalu. Was denn, hä? Was denn? Ich hab Schorni vertraut. Was denn, hast du keinen Wus und keinen Ball? Ich dachte, wir sind so... Was denn, Clir? Hä? Was denn? Was denn, Clir? Was denn, Clir? Oh, was ist das denn? Was ist denn? Mach doch die Konsole aus, wenn sie die gefällt. Okay! Cs...